Die Kirche, der Zirkel der Magie, die Templer. Das hier kann unmöglich das sein, was sie ursprünglich im Sinn hatten. Die Kirche sollte den Leuten Glauben geben, Hoffnung. Stattdessen hält sie selbst angesichts des sicheren Untergangs an ihrem Kurs fest. Es überrascht mich, dass ausgerechnet ihr das sagt. Tatsächlich? Bin ich etwa nicht die Frau, die entgegen der Wünsche der Kirche die Inquisition ins Leben gerufen hat? In all meinen Jahren als Sucherin habe ich genau das getan, was mir gesagt wurde. Mein Glaube hat es von mir verlangt. Nun jedoch verlangt mein Glaube etwas anderes. Er verlangt, dass ich klarer sehe. Wenn ihr beunruhigt seid, ist dies eure Chance, es besser zu machen. Wusstet ihr, dass Rarick ein Anhänger an Drastes ist? Och, er lästert über den Erbauer mit jedem zweiten Atemzug, aber tief in seinem Inneren ist er ein Gläubiger. Sein Herz ist tugendhaft. Dennoch würde er niemals einen Fuß in eine Kirche setzen. Dabei sollte sie der erste Ort sein, dem sich die Tugendhaften zuwenden. Sie muss sich verändern. Und vielleicht bin ich diejenige, die dafür sorgen muss. Eure Entschlossenheit ist bewundernswert. Ich tue nichts, was es nicht wert wäre, von ganzem Herzen getan zu werden. Und genau das ist eure attraktivste Eigenschaft. Ich habe Einfluss und könnte ihn nutzen, um der Kirche bei ihrer Entscheidung zu helfen. Darum kann ich euch nicht bitten. Das müsst ihr auch nicht. Wenn ihr denkt, dass es das Richtige ist, dann danke ich euch. Ich schätze, ich sollte mir nicht so viele Gedanken machen. Im Moment haben die Klerikerinnen einfach nur meinen Namen ins Rennen geworfen. Mehr nicht. Unser oberstes Ziel bleibt es, die Ordnung wieder herzustellen und Korypheus aufzuhalten. Oh ja, der ist ja auch noch da. Der ist ja auch noch da, der Typ. Schreiben ist nicht unbedingt meine Stärke, wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt. Lasst mich raten, ihr schreibt ein Liebesgedicht? Das könnte ich nicht, selbst wenn mein Leben davon abhänge. So schwer ist das nicht. Doch ist es. Gedichte erfordern Feinsinnigkeit, sie erfordern Anmut. Und ihr denkt daran, mangelt es euch? Eines Tages werden sich die Historiker fragen, was in der Festung Adamant und im Nichts geschehen ist. Ich war nicht dort, andere hingegen schon. Ihre Berichte müssen festgehalten werden. Das ist eine ausgezeichnete Idee, Cassandra. Ja, das dachte ich auch, bis ich angefangen habe zu schreiben. Ich weiß noch immer nicht, was ich über den Geist der Göttlichen schreiben soll. Die Kirche lehrt uns, dass die Seelen der Toten das Nichts durchqueren. Also könnte sie es gewesen sein. Und dennoch. Denkt ihr wirklich, sie könnte es gewesen sein? Als ein Gespenst? Ein Gespenst, ein Überbleibsel ihrer Hoffnung und Erinnerung. Der Nachhall ihres Willens, Gutes zu tun. Das alles wäre möglich. Niemand kann mit Gewissheit sagen, was nach unserem Tod geschieht. Ein Geist hätte ihre Gestalt annehmen können, aber aus welchem Grund? Er hat euch geholfen, ebenso wie Justinia selbst es getan hätte. Ich kenne die Wahrheit ebenso wenig wie ihr. Bedauerlicherweise schmälern unbeantwortete Fragen das Lesevergnügen. Als ich erfuhr, dass ihr körperlich im Nichts wart, hat mich meine Angst um euch beinahe verrückt gemacht. Das letzte Mal, als so etwas geschehen ist, haben wir die dunkle Brut erschaffen. Wir haben Korypheus erschaffen. Dieses Mal muss die Welt die Wahrheit erfahren. Es dürfen nicht noch mehr Legenden dem Strudel der Zeit zum Opfer fallen. Ja, halleluja, ja, das stimmt schon, irgendwie so ein bisschen, halleluja. Schwupp, so. Mit wem wollen wir denn jetzt noch quatschen? Wir werden mit einzelnen Zielen beginnen und dann den Kampf gegen Gruppen trainieren. Ist das reingeladen schon? So ein bisschen, ha? Achtung! Und? Mein Bulle ist nicht da, alles klar. Ich bin nur der Hälfte reingeladen. Ihr seid ja lustig, jetzt muss ich mal gucken. Ich bin natürlich auch nicht da. Hole. Nee, warte mal, F-fors. Ich finde das immer klasse, wenn die nur die Hälfte reinladen und die Leute, mit denen du quatschen willst, sind natürlich nicht da. Fuck you. Sarah ist da. Hallo, Sarah. Ich hab gehört, was in diesem Nichts-Dingens passiert ist. Oder was ihr denkt, das passiert ist. Ich glaube kein Wort davon. Das Ganze ist schwer zu beschreiben. Ich schätze, ihr hättet selbst dort sein müssen. Nein, danke. Einige Leute sind noch immer dort. Hawk zum Beispiel. Sie waren Champion. Und was kriegen wir im Gegenzug? Eine Horde verrückte Wächter. Die haben sie doch sowieso nicht alle. Normalerweise passiert erst irgendeine Scheiße und dann freuen sich alle, wenn der Held die Bühne betritt. Bei Wächtern ist es andersrum. Wenn sie auftauchen, weiß man, dass gleich was Schlimmes passiert. Wie in Denerim am Ende der Verderbnis. In Denerim ist viel passiert. Was habt ihr gesehen? Die Leute haben viel von dieser Wächterin erzählt, die bei einem großen Kampf gestorben ist. Oder auch nicht, das hab ich vergessen. Die Heldin von Ferelden? Ihr habt die Heldin von Ferelden vergessen? Das ist ewig her. Zehn Jahre. Ich hab damals noch mit Bauklötzen gespielt und geklaute Sachen vergraben. Ich weiß noch, dass viele Leute eher die Magie fürchteten, nicht die Verderbnis. Und Wächter waren eine gute Entschuldigung für verschwundene Sachen. Blackwall ist trotzdem nett. Ganz anders als das Gesocks in Adamant. Wir bräuchten mehr Männer wie ihn. Ja, stimmt. Sarah. Ihr habt ein Problem. Das da drüben ist eine volle Taverne, aber alle trinken allein. Halten sich wegen der Inquisition für was ganz Besonderes. Ich kann's nicht leiden, wenn alle jammern. Außerdem stolpern sie in ihre Schwerter, bevor Cori Funkel sie schubsen kann. Spielen wir ihnen einen Streich. Nur ihr und ich ärgern wir sie. Nur ein bisschen. Nennt ihr das Vorbereitung? Ich muss dafür sorgen, dass sie allzeit bereit sind. Bereit? Wofür? Zum Trübsal blasen? Für ihren Tod, der sie aus dem Loch da oben ereilen wird? Ich weiß, wie die Leute sind. Stinksauer und wütend ist besser als trübsinnig und langweilig. Kommt schon! Nur wir beide? Wisst ihr, das würde mir gefallen. Das hört sich gut an. Gehen wir. Yay. Streichespiel. Das ist doch Kallen hier. Hier könnte vielleicht was sein. Ich sollte mich mal genauer um. Was? Der Schreibtisch? Ah ja. Zentrum des Reichs und so. Was jetzt? Was jetzt? Also schön, Sarah. Was wollt ihr machen? Das Ding sieht schwer aus. Ich würde ihn nur ungern verschieben oder beschädigen. Alles klar. Kinderspiel. Wir müssen nur hier was unterlegen. Geschafft. Das fällt fast nicht auf. Ist nur ein bisschen wackelig. Das wird ihn garantiert tierisch ärgern. Ich sag's einem der Soldaten. Und schon wirkt der General völlig normal. Und weil er für euch arbeitet, wirkt ihr dann auch völlig normal. Los, machen wir weiter. Yay. Noch mehr. So, was, 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 was war als nächstes? Ach, Josie. Josie, Josie, Josie. Also schön, kleine Lady, zimperlich. Was, nur die Tür? An der sie jeden wichtigen Schwachkopf begrüßt? Ja. Also schön, Sarah. Was habt ihr im Sinn? Hm. Besorgt einen Eimer. Nur Schabernack im Hirn. Ein Klassiker, oder? Ein einziger geduschter Anführer sorgt in der Küche wochenlang für Frohsinn. Bei den Putzfrauen weniger, schätze ich. Aber was soll's. Das wird lustig. Hm. Super. Ehrlich. Schlossens Kiste. Nur Bullshit im Hirn, das Vibe. Das war lustig. Ein Inquisitor der Leute, der nicht vergessen hat, dass er einer von ihnen ist. Wenn ihr immer nur den Herold spielt mit ernster Miene und so, dann klingt ihr ziemlich unheimlich. Das funktioniert zwar allerdings nicht lange. Ich würde sogar mit Torten werfen, um die Leute zu beflügeln. Torten sind toll. Und Korrifatius würde sowas nie machen. Das ist gut für euch, versteht ihr? Denn von unten sehen alle da oben irgendwie gleich aus. Hat Spaß gemacht, euch nachzulaufen, Inquisitor. Nette Aussicht. Ihr. Oh, scheiße. Ihr wart es. Ich brauch's gar nicht. Erzähl nicht so Mist. Na, du sahne Schnitte. Braucht ihr etwas, Katan? Immer. Ich würde gerne über uns... Sollst du dich nackt, dich in mein Bett legen? Verdammt nochmal. Mann. Nacktsch. Splitterfaser. Am besten. Oh, Cole ist da. Gucke an. Cole. Nein. Aber ihr mögt Dämonen. Ich genieße die Gesellschaft von Geistern, ja. Und genau das ist auch einer der Gründe, warum ich sie nicht missbrauche, indem ich sie binde. Es ist kein Missbrauch, wenn ich darum bitte. Das ist nicht immer wahr. Außerdem praktiziere ich keine Blutmagie, was diese gesamte Unterhaltung gegenstandslos macht. Er will mich nicht binden. Er ist ein Magier und er mag Dämonen, aber er will mir nicht helfen. Warum solltet ihr wollen, dass Solas euch bindet? Damit ich sicher bin. Wenn mich Solas nicht durch ein Ritual bindet, könnte es jemand anderes tun. Jemand wird es tun. Wie die Wächtermagier. Und dann... Bin ich nicht mehr ich. Wende um das, was ich will. Beengend, blockierend, blutend. Es macht mich zu einem Monster. Wir werden einen Weg finden, euch zu schützen, Cole. Auch ohne, dass ihr dafür gebunden werden müsst. Ich hätte einen Vorschlag. Falls Cole bereit ist, mir zuzuhören. Es gibt Geschichten über rivenische Seherinnen, die bestimmte Amulette nutzten, um die von ihnen beschworenen Geister vor anderen Magiern zu schützen. Ein Geist, der ein solches Amulett der Befreiung trug, war immun gegen Blutmagie und Bindungszauber. Es sollte also auch Cole schützen. Und mit den Möglichkeiten der Inquisition, müsste sich ein derartiger Talisman finden lassen. Gut. Sie werden mich nicht kriegen. Ich finde den so süß, diesen Dippen. Wer will denn hier jetzt was von mir? Meriden. Oh Gott. Meriden. Oder auch nicht. Nein, ich denke, ich Copyright und so. Hier stehen sogar Kaiserleute rum. Was mache ich denn jetzt? Jetzt gehe ich nochmal kurz zu unserem... Halleluja. Ah, die Wäsche stehen ja auch rum. Also wenn man mal so ein bisschen drauf achtet, ne? So zwischendurch stehen dann schon ein paar mehr Leute hier rum. Oh. Und noch eine Händlerkicke an. Ja, ich muss mal Schnullibums verkaufen. Ich habe gar keine Schnullibums, großartig. Wie, der hat nichts zu kaufen. Doch. Hab nichts gutet. Hast du denn sonst hier nochmal irgendwie irgendwas? Was ist das? Wie viel willst du dafür haben? Die Freundschafts... Was? Dieser Freundschaftsvertrag mit dem historischen, ungekämpften Hoheitsgebiet trägt die Unschrift des Staatssatzes. Ressourcen aus den berühmten Minen der Stadt sorgt für eine enorme Erhöhung der Macht und des Einflusses der Inquisition. Okay. Ach, das sind hier alles so Bündnisse. Kicke mal an. Das ist ja lustig. Gib mir mal so ein Ding. Hast du das? Ah, das bringt mir hier so Schnullibums. Kann ich mir mal hier so mit Elite Est... Was Est-Watz? Est... Ach, Est-Wacht. Okay. Sichern zu. Irgend die Verdichtung aktivieren, in irgendeinem Gewässer zu informieren und diese Mithilfe... Ja, ruf dir mal eben so ein Ding und dann kicken wir mal. Das ist ja äußerst interessant. Ah, da musst du auch viel Kohle haben, ey, sonst wirst du ja bekloppt hier. Du musst so geben, was sieht übel aus. Hier ist noch ein Wächter. Wo ist mein schnügeliger Blackwall? Hier ist ein Blackwall. Blackwall. Quatschen mit mir. Ein Freund hat mir Adamant einmal beschrieben. Adamant ist und wird immer der Orden sein, sagte er. Ein Wächter am Abgrund. Die einsame Seele, die in Vergessenheit starrt, ohne zu wanken. Dieser Wächter wollte Kommandantin Clarell sein. Wie wir alle. Keiner der Wächter, die wir sahen, wankte. Sie gaben ihr Leben aus feien Stücken. Sie starben für uns. Und Corypheus hat ihr Opfer missbraucht und zu seinem eigenen gemacht. Wir haben ihn aufgehalten und die meisten Wächter gerettet. Aber nicht alle von ihnen. Sie starben mit dem Gedanken, etwas Gutes zu tun. Daran ist allein Corypheus schuld. Selbst Clarells Absichten waren aufrichtig. Ihr Wunsch zu beschützen, leitete sie in die Irre. Das ist nicht richtig. Gutes vollbringen zu wollen und dann dafür bestraft zu werden. Überlegt nicht, was schiefgegangen ist. Denkt an ihre Absichten, an ihr Opfer. Würdigt ihre Selbstlosigkeit. Clarell hat Fehler gemacht. Aber sie war eine großartige Frau. Und ist auch als solche gestorben. Es geht nicht um Rüstungen oder Insignien. Auch nicht um den Beitritt. Letztlich ist ein Wächter ein Versprechen. Ein Versprechen, andere zu beschützen. Wenn nötig mit dem Leben. Ei, ei. Ich will mal gucken, was gibt es denn hier noch für so Hottehues zu kaufen. Kann ich hier Hottehues? Oh, ich kann wirklich Hottehues gucken. Was habe ich denn hier für Sachen zu kaufen? Ich werde mir nicht so einen komischen Elf holen. Der macht nämlich ganz komische Geräusche, wenn der läuft. Das ist nur mal so ein Nebenteil. Was habe ich hier mein Hottehue? Wieso unbekannt? Schnullibums. Ach du Scheiße, ich habe so ein komisches... Oh Gott. Wir holen uns mal so ein komisches... Iiiiii, was ist das? Ne, 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 ne. Da habe ich lieber so einen hässlichen Gaul. Dann gib mir mal so einen hässlichen, ja. Aber nicht die Milka-Klue. Gib mir mal so was Weißes von mir aus, ja. Und mir ist auch braun, egal. Das hast du jetzt viel gesehen. Alter, voll. Das war ja bitterböse. So, ne, dann gehen wir jetzt erstmal zum Kortentisch und schicken die Leute los. Dass sie für coldes Amulett besorgen. Ja, und... Dann denke ich, mache ich erstmal Schluss für heute. Und... Mal gucken. Also Steine hätten sie hier ruhig auch schon mal wegräumen können, oder? Also zumindest mal dieses Loch hier zupacken. Dafür warnen sie sich dann zu fein, ne. Lass ruhig mal die kühle Luft rein. Nur ein bisschen frisch. So, Kinder, ich habe einen Inquisitionspunkt. Was mache ich denn damit jetzt? Äh, ich möchte mich gerne anziehen. Ich möchte gerne den Puffen, na, weiß ich nicht. Verteidigungswerte finde ich gar nicht so super kacke. Wir holen uns mal den meisterlichen Fokus. Das heißt, dass ich jetzt drei von den Dingern habe, drei von den Reihen. Und das heißt, dass ich einfach mehr Schaden mache, wenn ich es denn einsetze. Amulett für Cole. Unabhängig davon, ob Cole nun ein Dämon oder ein Geist ist, stellt die Bindungsmagie der Venatori weiterhin eine Gefahr für ihn dar. Das von Rewainischen Serien genutzte Amulett der Befreiung soll Geister angeblich vor derartiger Magie beschützen. Allerdings dürfte ein solches Amulett in diesem Teil der Welt noch schwer zu finden sein. Äh, man hat Kontakt in Rewain sagt, dass sich niemand gerne von der eigenen Amuletten trennt, um Geister von der Brasche zu beschützen. Die sind allerdings bereit, uns zu helfen. Ich kenne wohl einen Orlesischen Adel, die könnte ich die Privatsache sehen. Na dann, Liliana. Dann wollen wir doch mal sehen. Hol mal das Amulett für Cole. Was? Baza-Jali? Ihr scheint euch im Winterpalast gut amüsiert zu haben, Liliana. Oder war das nur Teil des Spiels? Vielleicht war es ja beides. Hm, Vasalidan. Mein Glückwunsch zu diesem neuen Bündnis. Etwas derartiges ist noch nie da gewesen. Um euch die Aufrichtigkeit unserer Absichten zu beweisen, möchten wir euch über einige Vorfälle in Denerrim unterrichten, die mit der von Korrefeus ausgehenden Gefahr in Zusammenhang stehen könnten. Attentäter haben versucht, Königin Enora zu ermorden. Der Anschlag war äußerst plump ausgeführt und setzt auf leicht abzuwehrende Feuermagie, weshalb die Behörden in Denerrim den Vorfall als das Werk eines verrückten Einzeltehlers betrachten. Wir jedoch glauben, dass er möglicherweise mit Aktivitäten der Venatorie in Zusammenhang steht und genau untersucht werden sollte. Unsere Spione stehen bereit, um euch in dieser Angelegenheit zu unterstützen. Bitte beachtet jedoch, dass in Denerrim bald ein großer Anstrengung herrscht. Wir warten eure Anweisungen. Man kann die Wogen glätten, damit die Ben-Has-Rod offen nachforschen können. Die Zeit, die ich dafür brauche, werden wir dadurch wieder einsparen, dass sie sich ungehindert bewegen können. Wir sollten die Ben-Has-Rod anweisen, um vorzüglich Nachforschung anzustellen. Bei Freeland können wir uns dann später noch entschuldigen. Ne, ne. Josephine. Wir stehen euch zu Dienst. Bitte geh mal da hin und glätte mal die Wogen, bevor irgendwie andere Schnullibums hier passiert. Von Kirkwall. Was ist das denn? Der Aufstand der Magier ist weitgehend überstanden. Allerdings ist der Magier, mit dem alles begann, der der Kirche in Kirkwall zerstörte und die oberste Klärin in Elthir sowie dutzende unschuldige Gläubige ermordete, immer noch auf freien Fuß. Der Fanatiker Anders muss der Gerechtigkeit zugeführt werden. Und auch wenn er sich nicht mehr in der Stadt befindet, ist sie immer noch Heimat vieler seiner Bekannten. Ich habe deshalb entschieden, Kirkwall anzugreifen, um anders zu finden. Leider ist die Annexion der Stadt durch Starkhaven angesichts des beträchtlichen Widerstands nicht gelaufen wie geplant. Die Leute vergessen offenbar, dass ich das alles zum Wohle der Stadt und der freien Marschen tue. Als treuer Verbündete der Inquisition erbitte ich Unterstützung für dieses Vorhaben, damit Kirkwall unter Kontrolle gebracht werden kann. Bevor noch weitere Unschuldige in Mitleidenschaft gezogen werden. Der Prinz will sich an allen Rechen, die anders Zuflucht gewährt haben. Kirkwalls Widerstand wird von Hauptmann und Evelyn organisiert. Mit unserer Hilfe kann sie Sebastian aufheilen und zurück nach Starkhaven jagen. Wir haben Chance, da ist es, unseren Guss zu wenden. Einem nehmen wir schon unser überwägen Streit, mal kapitulieren. Denk wir sind als Ratgeber zur Seite stellen, können wir uns verhindern. Sehen die Leute unserer zu sagen, es ist ja eine Inversionsanwälte die Verhandlungen. Wir können niemanden entbehren, wir können das Nutzungsanwälte verdenken. Ach du Scheiße, ne, also ne, ne. Ähm, ich will nochmal kurz gucken, was hier noch so ist. Zwergische Sklavenhändler. Ah, ach so, ist fertig, cool. Zwergische Sklaven in den Händlern der Venatori. Venatori Sklave entdeckt, Feuer aus der Ferne gesehen, nahm an, sie hätten ihr Lager beim Rückzug niedergebrannt, war nicht der Fall. Lager bereits zerstört, Venatori tot. Zwergenwerkzeuge gefunden, aber keine Zwerge, weder lebten noch tot. Toten liefen, Laura gefunden, Anzeichen der Verderbnis, mögliche Erklärung, Venatori von Truppen überrascht, die aus Lagerbrunnen kam, auf demselben Weg verschwunden. Brunnen eingeschürzt, kein Durchkommen, Enklave nach Ressourcen für die Himmelsfeste abgesucht. Bei Rückkehr im Lager der Inquisition Nachricht neben geöffnete Steingrube gefunden. Wir kümmern uns um unsersgleichen, was ist mit euch Inquisition? Okay. Was ist das? Brief auf dunklem Perkament mit öffentlichen zwergischen Symbolen. Ein Loch im Axto wertvollen Himmel der Oberflächler. Nicht unser Problem, aber das Ding, das es verursacht hat? Wenn dieser Basterd von einem Magier wirklich die Verderbnis und die dunkle Brut hergelockt hat, freut uns das nicht. Befolgt diese Anweisung und ihr werdet euren Feind schlafend vorfinden. Sagt euren Soldaten, sie sollen den Hauptstollen nicht verlassen. Das ist eure einzige Warnung. Der Brief endet mit einer Karte eines Höhen-Systems und der Anzahl der Truppen, die es passieren können. Ah na, da schickt man nicht das Doppelde hin, bis sie gekümmert. Der Himmel. Was, was, was? Es gibt im Kampf gegen die dunkle Brut nichts besseres als graue Wächter. Das ist ihre Chance zu glänzen. Na dann, hopp, hopp, hin damit. Selbstverständlich, hallo, ich bin doch nicht der Chef, doch. So, dann haben wir erstmal unsere Leute losgeschickt und wir sind dann beim nächsten Mal zurück. Cole hat dann endlich sein Amulett und wir haben den Leuten wieder geholfen.